Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Ich wohne mit einem Känguru zusammen Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong Aber das nur nebenbei Zur Sache Wir schlendern die New Yorker Wall Street entlang Zwei Halbstarke überholen uns Ey Alter, ich hab gehört, Stanerton Purs hat letztens deine Mutter abgewertet Sagt der Dicke Na und? Fragt der Lange Dafür hat Moody's meine Freundin als Doppeltee eingestuft Die fortschreitende Ökonomisierung der Gesellschaft nimmt erschreckende Ausmaße an Sagt das Känguru Ich nicke Was sind eigentlich Moody's? Fragt der Lange Ich glaube, so heißt der Irish-Papier in der Straße Sagt der Dicke Dann verschwinden sie aus meiner Hörweite Das Känguru bleibt vor einem Kiosk stehen Do you have Schnaps-Bralinen? Fragt es den Verkäufer Der Verkäufer blinzelt nur Ist der Kind auf Pralinen wie Schnaps? Der Verkäufer reagiert nicht Schnaps-Pralinen Sagt das Känguru nochmal laut und deutlich Der Verkäufer deutet auf einen Button an seiner Hemdtasche Darauf steht I hate tourists Das Känguru zeigt mir seine zitternden Pfoten Gold Turkey Sagt es Wo ist es beides? Sagt das Känguru Am Stammtisch drinnen sitzt ein alter Mann Der liest die Ratings im Bodensatz seiner Guinness-Gläser In dem Wolkenkratzer hinter dem Pub Werden seine Analysen dann ausgewertet Und an die Banken und die Medien weitergeleitet Ich dachte immer Die Würfeln Sag ich Nein, nein Sagt das Känguru Das machen nur die von Standard & Poor's Und was machen die bei Fitch? Frag ich Die haben einen Lory Einen von diesen total langsam kleinen Faulaffen Sagt das Känguru Den lassen sie in einer Buchstabensuppe fischen It's Fritz